Meine persönliche BNI-Geschichte hat vor allen Dingen damit zu tun, wie mein Leben heute aufgestellt ist. Unsere Firma Smolz ist ein reines BNI-Produkt. Mein Geschäftspartner und ich haben uns bei BNI gefunden. Ich war der betreuende Partnerdirektor und Christian war Mitglied in einem Chapter. Wir haben miteinander in verschiedenen Projekten gearbeitet und Christian hat immer gesagt, hey, wir sollten zusammen eine Firma gründen, weil er sagt, er ist Softwareentwickler von seinem tiefsten Herzen. Das bedeutet, Vertrieb ist nicht seine Stärke, Menschen mag er nicht. Er sagt, du magst Menschen, kannst aber nicht programmieren. Das ist doch eine ideale Basis, um eine gemeinsame Firma zu gründen. Weil es geht ja vor allen Dingen darum, im Feld der persönlichen Begabung zu arbeiten. Ich hatte die Idee, dass das Thema Rechnung schreiben und abrechnen immer ein großes Problem in allen meinen Firmen war, die ich bisher hatte. Und ich habe das ganze Thema Christian erzählt und vor allen Dingen ihm auch erzählt, wie ich mir das vorstelle, wie das die Welt verändern könnte. Und er sagte, schau mal, was ich hier habe. Und er hat einen Prototypen entwickelt von der Software, wo wir die gleiche Idee hatten. Und dann haben wir gesagt, das passt wieder perfekt. Wir sollten das Produkt einfach rausrollen. Und dank BNI haben wir es eben geschafft, sehr, sehr schnell zum Markt zu kommen, weil wir wohlwollendes Feedback von unseren potenziellen Nutzern hatten. Und auch unsere ersten Kunden sind natürlich alle aus BNI gekommen. Und mittlerweile sind 70 Prozent unserer Kunden, die wir heute haben, alles Mitglieder von BNI. Mein persönliches Fazit ist, ohne BNI wäre das Nigi so schnell und in der Qualität entstanden. Und jetzt ist es, dass ich hier zuattlemen. Ich hab mir Video und bankamente sicher dazu, beresehen. Bis dann.